Willkommen zurück zu den Leiden des Professor Plays. Werden wir heute? Sind wir was versteckt? Warum halten wir es vollkommen möglich, dass irgendetwas irgendwo versteckt ist? Ah! Oh! Oho! Ah! Oho! Das war unfair! Gebt bitte! Und jetzt geht das in einen Reinporten wieder los. Ich wollte gerade sagen, es ist doch gar nicht so schwer. Ja, aber jetzt darf ich so ein bisschen besser raus, wie man sieht. So, höre ich neue Hausregel. Sobald ich Phase 1 von Dracula einmal geschafft habe, darf ich mir am Anfang Herzen farmen und woanders hingehen. Ja, sagst du mich auch. Okay. Hat er eine gewisse Chance, ihn mir drinnen zu spawnen? Sobald jemand dekotieren kann. Oh! 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 Warum erwischt er mich manchmal und manchmal nicht. Aber ihr stellt fest, ich habe es besser verstanden. Es hat nur eine halbe Stunde gedauert. Gibt es eigentlich Leute, die nur mit der Lederpeitsche besiegen, also mit der Baseform? Gibt es Leute, die sich das antun? Ja. Stehen bleiben ist eine schlechte Idee, ja. Okay, jetzt ist die Konzentration offensichtlich gebraucht. Und leicht ist etwas anderes. Aber... bitte... ... ... ... ... ... ... ... ... Wenn ich verstehen würde, nach was für einem Patterner in mir drin erscheint, also jetzt kommt er gleich in mein Ding, ein Satz, der sich falsch anhört, aber jetzt will er wieder gleich in mich. Das war zu früh aber. Ich wollte gerade fragen, kann er eigentlich in seinem Sarg erscheinen und die Antwort ist ja. Und Sacker Punch der Michael, aber wir haben die durchschnittliche Lebenszeit erhöht und er nimmt den Schaden. Wenn ich jetzt noch konsequent so gehen würde, was habe ich nicht deppert erwischt? Ja. Ja, das ist die Trigger-Happiness, die mir... Und wer man entscheidet, einmal seine Richtung zu ändern. Einsprung. Es scheint er gleich da, ja. Das Hauptproblem ist einfach, dass man viel zu wenig aushält hier. Im Verhältnis zu dem, was einen Schaden nimmt und Hitbox hat. Das ist die Trigger-Happiness. Es gibt auch Spiele, wo man die Gegner nicht 16 Mal in einem extrem kleinen Zeitfenster treffen muss, wenn sie einen nur viermal erwischen müssen. Ohi, das war schon ein Fehler. Also von mir passt. Zum Thema Gen halt. Genau, weil manchmal darf er ja einfach in einem drin erscheinen. voll fair alles. Und jetzt habe ich es wieder vergeigt. Und dass ich ihn nicht mal treffend empfahre ist? Urgut. Ha! Das war jetzt wieder so ein Crit. Ihr merkt es ja, selbst wenn ich versuche das Timing richtig zu haben... Da kann ich gar nicht mehr schlagen, wenn ich das verpasse. Ja... Und dann macht er so einen Scheiß. Habt ihr gesehen? Auf zwei habe ich ihn unten gehört. Oh, wo ist das? Das ist das. Ich muss ein bisschen näher einem stehen, sorry, dass ich da so leise bin, aber es ist konzentrationsmäßig der Sand ins Gesicht gelatzt. Ja, schwerer Fehler da hinzugehen. Ja, und manchmal materialisiert er in einem rein. Ja, jetzt auch. Ja, aber vielleicht. Beim nächsten Mal haben wir ihn Hitboxen. Dieses Spiel heißt Hitboxen. Habe ich so nicht gebraucht, dass ich ihn dann immer erwische? Irgendwas habe ich in seinem Bewegungspattern noch nicht verstanden. Warum? Warum? Und dann Xsaka-Pansteinen wieder. Das gibt's ja nicht. Ich glaube, wir haben jetzt zwei Continuos in 14 Minuten verbraucht. Ich glaube, die Sounds werde ich noch in meinem Schlaf hören. Ich weiß nicht, warum es manchmal nicht möglich ist, aus ihm rauszugehen. Oh ja, cool, das ist der Central House. Ja. Oder es würde halt helfen, wenn man irgendwelche defensiven Skills oder Items, oder wie man sagt. Aber nicht vergessen, Simon Belmont hat einen Spruch. Ja. Kann sein, dass die Richtung, in der ich schaue, was damit zu tun hat. Ah, stehen bleiben ist auch irgendwie keine gute Strategie. Dann materialisiert er zu viel mehr drinnen. Ich glaube, zumindest das theoretische Spruch. Sprung-Timing hätte ich schon raus, aber... ... 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 Der macht irgendwann den Pattern schwerer. Ja, wenn er in der Mitte erscheint... Alter! Well. Ah, wir haben Fortschritt verzeichnet. Ich glaube, einmal war auf 2 oder 3 unten. Also, ich glaube, beim nächsten Mal in die zweite Phase gehen. Und die sollte mit dem Holy Water hypothetisch leichter sein. Ich danke euch fürs Mitleiden oder euch amüsieren, oder wie immer. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es Draculas vorm 1 aber an den Kragen gehen muss. Angesagt. Danke und bis bald.